Konigsanlage Appartement Nummer 3 Das ist ein Zwei-Zimmer-Appartement mit sehr viel Licht Ca. 44 Quadratmeter insgesamt Besteht aus einem Wohnzimmer Weiß gestrichenen Wänden, weißen Türen Fliesen glänzend Und aus beiden Zimmern geht es auf die Terrasse raus Das hat eine große Terrasse mit ca. 11 Quadratmetern Beide Zimmer haben eine heiß und kalt Luftanlage Also Klimaanlage Das zweite Zimmer Hier geht es auch raus auf die Terrasse Ein Wohnzimmer Da sind die Anschlüsse für Waschmaschine Küchenzeile Das hat ein Badezimmer mit Duschkabine Ebenfalls aus weißen Fliesen hochgefliest Und eine wunderschöne Terrasse Mit Meeresboden Das ist die Terrasse hat noch sehr schöne große drei Zeilen Eingang zum Wohnzimmer Aus der Terrasse geht man raus In den Garten Alle liegen Sonnenschäme sind bei Onyx mit dabei Man geht raus und kann sich einfach hinlegen Da oben geht es die Treppe Da geht es zum Schwimmbad Pool Und so sieht die Anlage von außen aus Das Appartement Nummer 3 befindet sich um die Ecke Da wo man sehr viel Ruhe hat Und einen offenen Meeresblick aufs Schwarzmeer Einen eigenen Strand Mit eingeschränktem Zugang Da wo nur die Eigentümer baden und sonnen können Auf der Terrasse befinden sich auch Duschkabinen Zum Duschen Für die Eigentümer ist es mit inklusive dabei Genauso wie Sauna oder Dampfbad Spa Salon Und hier geht es wieder rein In das Appartement Nummer 3 Und hier geht es um die Eigentümer